Dividende. Als Dividende, lateinisch Dividendus, der zu verteilende, wird in der Wirtschaft meist der Teil des Gewinns, den eine Aktien- oder Kapitalgesellschaft an ihre Aktionäre ausschüttet, bezeichnet. Die Ausschüttungen von Genussscheinen eines Unternehmens sind selbst keine Dividenden, werden aber gelegentlich an die Höhe der Dividenden einer Aktie desselben Unternehmens gekoppelt. Na das ist doch großartig! Ich kaufe eine Aktie und werde auch noch bezahlt. Leider sind nicht alle Unternehmen so großzügig. Nun gut, vielleicht investieren die dann ja in Forschung oder tilgen mit ihren Gewinnen, die sie erwirtschaftet haben, ihre Schulden. Heißt das jetzt, dass es in Zukunft keine neuen Coca-Cola-Produkte mehr geben wird und Alphabet immer weiter wächst? Da sollte ich meine Strategie nochmal überdenken. Wie viel Geld müsste ich eigentlich einsetzen, um von meinen Dividenden leben zu können? Wenn dich die Antwort auf diese Frage interessiert, like and follow!